Herzlich Willkommen zu unseren Sportroscher Lockdown Clips. Es ist Dienstag und Dienstag ist immer der Tag, an dem wir euch was aus unserem Shop vorstellen wollen. Eine Empfehlung und eine Empfehlung heute im Januar, wenn es kalt ist, was liegt nahe? Richtig. Gescheite Bekleidung für die Läufer und Läuferinnen, die jetzt auch draußen trainieren wollen. Wir fangen bei der Bekleidung immer bei den Base Layern an und heute möchte ich mit einer Hose beginnen, mit unserem Dauerbrenner oder Dauerrenner. Die Susi hat es hier schon an. Warme Beine sind schnelle Beine. Unsere Fusion Hot Long Tide, die gebrushte Tide, also eine aufgeraute Tide, die ordentlich warm macht, die man sicherlich bis minus fünf, minus acht Grad ohne Überhose laufen kann. Und durch den hohen Elastananteil hat die Hose erstens mal eine sehr hohe Langlebigkeit, was die Passform anbelangt, und unheimlich viel Bewegungsfreiheit. Die Hose gibt es als Damen- und als Herrenschnitt. Als Damenschnitt hat sie den etwas höheren Bund. Ich habe hier die Herrenhose mit dem etwas schmaleren Bund, drei Taschen. Wir können sie gerne noch mal bei uns auf der Webseite anschauen, auf unserer Click & Collect Seite und können uns auch anrufen oder per E-Mail kontaktieren. In der Zwischenzeit kann man sie aber auch bei uns abholen. Wir können sie auch versenden. Also schaut es rein, die Fusion Hot Long Tide hat für warme und schnelle Beine jetzt, wenn es keult ist. Viel Spaß damit, der Klaus.